Dann... Oh Muckl, das brauchst du doch wirklich nicht. Spinnst denn du ein bisschen... Ich bin doch der Schneesturm. Der Schneesturm. Den Schneesturm kannst du machen, was du willst, aber doch nicht auf meiner Zeichnung da. Aber wieso? Du hast doch auch Eiszapfen auf der schönen Zeichnung. Nein, das sind doch keine Eiszapfen. Da schau beim Fenstern aus, da sind Eiszapfen dran. Was ist denn dann das da? Was ist da denn das dann? Das sind doch so Stangen und da hängt man die Ansicht und die Mäntel drauf. Ah, und was wird das Ganze? Das wird der Einbauschrank. Ein Einbauschrank? Ja. Uh, und das sind sicher keine Eiszapfen. Nein, das sind keine Eiszapfen. Schau doch mal raus. Und wie Eiszapfen wirklich ausschauen. Ui, da seh ich aber nichts. Da ist ja alles zu. Du musst halt hinhaufen ans Fenster. Ne? Ja. Da seh ich immer noch nichts. Oh, durch die kalte Hand sehe ich was. Ui. 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 Du, schnell. Ich will raus. Ich will raus. Ja, dann geh, Herr Gnast. Ja, aber das dumme Fenster ist doch zu. Gut, dann mach ich das auf. Das will ich auch gehofft. Ha, ha, ha. Und schon. Kinder sind ja wert raus. Ui. So, jetzt komm, aber bleib nicht so lang. Ich, ich, ich bleib nicht lang. Ja. Ich, ich bleib nicht lang. Ja. Jetzt müssen Sie noch arbeiten. Und die Höhe. Die, die, die ist gut. Die, die ist gut. Die, die, die ist gut. Die Kleinen mit dem langen Schal. Mit der fahre ich mit. Ja, jetzt kommt sie wieder. Achtung. Ja, sie. Los. Hui. Hui. Hopp. Hui. 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 Das muss ich dem Meister Iger sagen. Hui. Hui. Und dann wird sie. Herein. Ach so, es ist ja der Bumuckl. So, jetzt. Jetzt komm rein. Du, schnell. Du musst mit rauskommen und schreien. Jetzt bin ich dran. Und dann lasst sie vielleicht sogar dich mitmachen. Ich kann mal vom Haupt. Ja, und, und, und nein. Nicht, du wirst lachen. Ich werde lachen, wenn du hinfällst. Aber das kannst du auch so machen und dann fällst du vielleicht nicht hin. Sag einmal, von was redest du eigentlich? Ich rede von dem Schönsten, was es gibt. Und du in das Schönste, was es gibt. Und du weißt wieder von nichts. Sag einmal, was ist los? Die Rutschbahn ist los. Oh, Rutschbahn ist fein aber schön. Wunderschön. Sag einmal, wo ist denn die Rutschbahn? Da, da, Totoo. Die Kinder rutschen alle und ich auch. Was ist da von meinem Eingang? Die Kinder rutschen alle und ich auch.